Bereits im 19. Jahrhundert hat die berühmte Krankenschwester und Statistikerin Florence Nightingale diesen grafischen Blumenstrauß an Informationen verwendet. Coxcomb-Graphen, es gibt auch viele andere Namen dafür, stellen in zum Beispiel zwölf Segmenten die monatlichen Gesamtumsätze eines Marktes dar und man kann dort mit anderen Farben noch die eigenen Umsätze oder Anteile visualisieren. Nachzulesen ist einiges später auf theosblog.com vom 11. Oktober 2013 und da gibt es dann auch die Übungsdatei. Dieses Diagramm soll natürlich auf meine Eingaben reagieren. Wenn das Gesamtvolumen aller Geschäfte eines Marktes nicht 36 Millionen war, sondern vielleicht 38 Millionen, wird das hier natürlich angepasst. Wenn mein Anteil an diesen 38 Millionen nicht 30, sondern 27 war, möchte ich das hier visualisiert wissen. Er stellt wurde das Ganze mit einem gefüllten Netzdiagramm und zwar markiere ich mal hier diese Daten. Das sind die blauen Werte hier und ich erzeuge mit Einfügen Netz, gibt es hier bei Diagramme, Netz, Netz, gibt es das gefüllte Netz. Allerdings macht mir das immer nur einen Punkt fertig. Also hier habe ich 1, 2, 3, 12 Punkte, die sind ja hier durchnummeriert und ich habe hier nur die oberen Ecken jeweils, die ersten Ecken. Ich muss also dafür sorgen, dass ich hier solche Segmente ertrickse. Das heißt, ja, ich mache ein gefülltes Netzdiagramm, allerdings indem ich diesen Wert hier zum Beispiel einfach 28 mal untereinander schreibe. Das habe ich tatsächlich hier, 28 mal, natürlich mit einer Formel. Dann habe ich zwei Nullen gemacht, dass der wieder zu diesem Mittelpunkt hier zurückkehrt und dann habe ich 28 mal die 32, zwei Nullen, 28 mal die 36. Das Ganze findet man hier neben in den Reihen 1 und 2. Reihe 1 sind die blauen, Reihe 2 sind die grünen. Das heißt, ich verweise hier einfach auf den Wert, der in der Zelle L2 steht. Das heißt, wenn ich L2 ändere auf, sagen wir mal, 33, wird der Wert hier entsprechend angepasst. Hier verweise ich auf L2, hier immer auf den da oben. So, und wenn ich mal nach unten schaue, dann habe ich zwei Nullen, die sorgen dafür, dass hier das Segment sich optisch voneinander abtrennt. Und dann verweise ich auf den nächsten Wert, auf den Wert L3. Und das habe ich bis unten im Prinzip durchgezogen. Daneben stehen dann die Werte genauso für die Anteile, für die grünen. Und nun erzeuge ich also nicht ein Netzdiagramm gefülltes Netz für diese Reihen, sondern für diese Reihen. Ich markiere das Ganze mal, beide markiert, Steuerung gedrückt, Großschreibung gedrückt, feilt das drunter. So, und jetzt mache ich das gefüllte Netzdiagramm. Einfügen, Netz, gefülltes Netz. So, und da habe ich schon im Prinzip genau diese Umsetzung. Ich lege dieses Diagramm mal auf das andere. Ja, ich möchte mir das nicht löschen, das andere. So, und hat er jetzt eine Datenbeschriftung? Ja, toll, aber nicht die, die ich haben wollte. So, diese Beschriftung lösche ich mal, draufgeklickt, Entfernen gedrückt. Die Skala könnte ich lassen, wenn ich möchte. Die Legende kann man rausnehmen. Den Titel könnte ich an den Rand schieben. Dann kann ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer machen. Und ja, auch hier wird jetzt original auf die Werte, auf meine Eingaben reagiert. Diese hohen Zahlen, wo sind sie, 32, mache ich mal eine 27 raus. Das reagiert also hier live. Ja, jetzt will ich hier noch eine Beschriftung haben. Ich habe hier die Monate hineingeschrieben. Und habe hier neben, mit einer kleinen Formel, nämlich, nimm das, was in dem Monat steht, also was in der Spalte K steht, nimm das, dann Zeichen 13, dann mach einmal Enter. Und dann pack dahinter, was in L2 steht. Also ich möchte die blauen Segmente dort sehen. Und diese Werte ergänze ich in das Diagramm. Diese hier. Nein, Entschuldigung, diese hier. Ich habe daneben nochmal die Zahl 30 geschrieben, damit es gleich große Segmente gleich gibt. So, aber ich habe ja hier 360 Punkte und hier nur knapp 12. Macht aber nichts. Ich klicke mal auf meine Diagrammdaten. Daten auswählen. Das findet man bei Excel 2010 links. Daten auswählen. Und bei Hinzufügen ergänze ich mal, ergänze ich mal diese letzte Reihe hier. Diese 12 mal 30. Einmal zu viel geklickt. So. Und jetzt habe ich hier 12 Punkte gleich. Und die Beschriftung dieser 12, diese Beschriftung dieser 12, das sollen genau diese Werte sein. Diese Werte. Das sind die Labels dafür. So. Ich klicke auf OK. Jetzt habe ich hier also 12 Pünktchen. Klicke hier drauf auf diese 12 Pünktchen. Hupser, ein zu viel. Ein zu viel erwischt. So. Nun muss ich diese 12 Punkte in einen eigenen Diagrammtyp überführen. Klicke mal mit rechts auf diese Punkte, hoffe die zu erwischen und wähle hierfür auf Datenreihen-Diagrammtyp ändern. Und aus diesen 12 Punkten, aus diesen 12 hier, mache ich nicht geteiltes Netz, gefülltes Netz, sondern ein Ringdiagramm. Das heißt, ich lege ein Ringdiagramm da rum, klicke auf OK und habe jetzt hier ein Ringdiagramm drum. Dieses Ringdiagramm, das, ja, versuche ich mal anzuklicken. Habe ich es schon? Na, ist ein bisschen schwer zu erwischen. Liegt wahrscheinlich gerade im Hintergrund. Und falls ich es nicht erwische, klicke ich auf Format, auf die Datenreihe 3. Da habe ich es. So, da kann ich die Segmente kleiner machen. Datenreihe 3. So, da kann ich die Fülleffekte ändern. Fülleffekt, ich will gar keine Füllung haben. So, damit sind die nämlich unsichtbar. Aber ich will für diese Segmente die Beschriftung haben. Nämlich meine Beschriftung. Wo habe ich sie? Ich klicke aufs Plus hier. Das wäre bei Excel 2010 hier oben. Und ich möchte die Datenbeschriftung haben. Aber nicht die Werte, sondern die weitere Option. Die, was sind denn das? Rubrikennamen. Rubrikennamen. Tatsächlich, da sind sie. So, ich klicke auf dieses X hier oben. Bin also schon fast fertig. Jetzt kann ich die Segmente, erwische ich die. Ist ein bisschen schwer zu treffen. Also, ich muss das immer hier oben bei Format über Datenreihe 3 machen. Ich versuche mal diese Segmente hier so ein bisschen kleiner zu kriegen. So ein bisschen nach außen zu verschieben. Na, gerade schwer zu packen. Also, mir ein bisschen Glück gelingt es. Oder man schiebt diese Textfelder einfach raus hier. So, ist mir bei dem anderen besser geglückt. Ja, dann kann ich natürlich noch diese Datenreihen hier formatieren. Das sind ja jetzt gerade hier gefüllte Flächen. Am besten oben über Format und dann über zum Beispiel Datenreihe 1. Das sind die blauen markieren. Dann Steuerung 1 drücken. Dann öffnet sich hier auf der rechten Seite Datenreihen formatieren. Und da kann man die dann auch noch ein bisschen formatieren. Zum Beispiel, will ich eine Linie haben? Die macht hier keinen Sinn. Will ich eine Füllung haben? So, hier bei der Markierung klicke ich auf Füllung. Wie sieht es aus? Welche Farbe soll hier genommen werden? Zum Beispiel Grün. Ah, das war kein Grün. Zum Beispiel Grün. Oder möchte ich dort einen Farbverlauf haben? Ein Farbverlauf, der radial... Na, hier ist nicht radial. Oder ist hier radial? Der nicht linear, sondern radial verläuft. So, und hier sind die Farbeinstellungen zu treffen. Das ist aber ein anderes Thema. Also, dass man das Ganze natürlich auch optisch noch ein bisschen hübscher machen kann. Sieht schon fast so aus wie das andere Diagramm, das ich hier drunter habe. Also, das sind nicht so viele Schritte. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen Fummelei hier, diese Tabelle zu erstellen. Nächstes Ziel ist dann natürlich, dass er automatisch erkennt, wie viele Werte ich hier habe. Und genau so viele Segmente dann auch erzeugt. Aber ich hoffe, das Diagramm hier könnt ihr für Uni privat oder die Arbeit verwenden. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Video.